Willkommen Frau Karnieber. Grüß Gott. Frau Karnieber, vervollständigen Sie als Einstieg diesen Satz, Christ sein bedeutet für mich? Ja, bedeutet für mich natürlich, dass man, egal was man macht auf Erden, egal was man denkt, egal was man versucht im täglichen Leben zu gestalten, dass man weiß, dass es eben etwas Überirdisches gibt und das uns begleitet, aber auch leitet. Sie sind seit 2018 bayerische Landwirtschaftsministerin, Sie sind Mutter von drei Töchtern und haben zahlreiche ehrenamtliche und politische Ämter. Ein stressiger Job, könnte ich mir vorstellen. Wie hilft Ihnen denn Ihr Glaube dabei, all das zu bewältigen? Zunächst einmal glaube ich, dass diese Frage mir so wahnsinnig oft gestellt wird und zwar gänzlich ohne den Hinblick auf den Glauben. Aber meine Antwort ist eigentlich der Glaube. Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen, die sich so in den Dienst einer Gesellschaft stellen oder auch in anderen Bereichen tätig sind, rund um die Uhr arbeiten, sehr viel Stress haben, dass man einen Ausgleich braucht. Und da suchen sich die Menschen die verschiedensten Sachen. Für mich ist das der Glaube. Und ich benutze gern einen Satz, ich sage dann oft, ehrlich gesagt, ich glaube, ohne den Herrgott würde ich das alles gar nicht schaffen.